hallo und willkommen zu einer weiteren folge von der spiel das video was ich gerade gemacht habe also davor was das letzte mal hochgeladen wurde habe ich schon echt früh gemacht es ist 16 50 habe es ungefähr um 13 uhr gemacht vor drei vier stunden noch ist immer noch nicht hochgeladen also ich glaube ich werde sie beide gleichzeitig hochladen sollen wenn ihr das video davon guckt habt ihr gesehen dass ich anfordern dass sie gesehen habe dass ich an ein turnier mitgemacht habe siebter geworden bin und jetzt die gratis die fest öffnen es ist eine epische oder legendäre dass ich immer eine epische bekommen auch wenn es meine hasse episches aber egal das wollte ich nur zeigen bis zum nächsten mal bis dann tschüss